So, hier haben wir die Röhlirohre von Klasek. Machen wir den Start frei. So, hier haben wir die Röhlirohre von Klasek. Ja, sehr geil. Drei Weiderzündschnur. Zweiter. Dritter. 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 aber die anderen beiden versuchen auch zu schlagen wenn die ein mehr dabei ist, denn Alex da ist com me te ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020